Herzlich Willkommen auf meinem Kanal! Heute machen wir Krautsalat wie beim Griechen und ich zeige euch jetzt einmal dafür die Zutaten. Wir brauchen 1 Kilo Weißkohl, den habe ich schon klein geschnitten, einfach runter hobeln mit dem Hobel oder halt in der Maschine. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Salz, 4 Esslöffel Essig und ca. 6 Esslöffel Olivenöl. Als erstes nehme ich mir eine große Schüssel und gebe da den Weißkohl hinein. Dann gebe ich zum Weißkohl das Salz und bevor ich den Essig und das Olivenöl reingebe mache ich folgendes. Ich verrühre das alles miteinander und dann nehme ich einfach den Kohl und zerdrückt ihn ein bisschen mit meinen Händen. Wenn ich das gemacht habe, kommt der Essig dazu und das Olivenöl. Das verrühre ich noch einmal miteinander. Meinen Krautsalat gebe ich nun in eine Tupperdose mit Deckel, verschließe die sehr gut und lasse ihn im Kühlschrank für 24 Stunden ziehen und dann ist er auf dem Punkt und perfekt zum Servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018